Tatortreiniger Andreas Karwas hat sich bereits im Alter von 16 Jahren bei der Kriminalpolizei beworben. Daraus ist nichts geworden, doch sein Beruf führt ihn ebenfalls auf Tatorte zur Reinigung nach Morden und Todesfällen. Wenn eine Leiche mehrere Wochen unentdeckt bleibt, ist eine professionelle Reinigung unerlässlich. Es ist, wenn heute jemand stirbt und der liegt ein paar Wochen in einer Wohnung, dann sind viele Sachen schon getrocknet. Und das Erste, was die Leute machen, wenn sie reinkommen in die Wohnung, sie reißen die Fenster auf. Was passiert da? Diese getrockneten Sachen werden aufgewirbelt. Das ist ein sogenannter Kolloid-Staub. Das ist das, was wir sowieso immer in unserer Umgebung haben. Wenn wir so durchs Licht sehen, dann sehen wir diese Staubflankerl herumfliegen. Und da können dann natürlich bakterielle Übertragungen stattfinden, wenn zum Beispiel das irgendwelche übertragbaren Krankheiten hat. Das kann aber Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre später erst ausbrechen. Das hängt immer davon, welche Krankheiten da übertragen werden. Da die gesamte Toilette von der Leiche kontaminiert wurde, werden nach dem Einsatz von Flächen-Desinfektionsmittel die Fliesen herausgestemmt. Andreas Karbers merkt in seinem Team immer wieder, dass der Job physisch, aber auch psychisch an die Substanz geht. Auch in dem Job ist es ganz einfach für eine Person vielleicht manchmal notwendig, dass sie sich auch psychologische Hilfe sucht. Das muss jetzt kein Psychiater sein, es ist manchmal genug eine Psychologin. Man muss keine Medikamente dazu nehmen, aber man muss halt mit diesen Sachen auch einmal geistig fertig werden. Haben Sie da auch schon Mitarbeiter gehabt, die einfach gesagt haben, ich kann nicht mehr? Meistens sagen sie nicht, sie können nicht mehr, sie kommen nicht mehr. Also, aber ja, kommt immer wieder vor, verstehe ich, mache deswegen kein Böse. Es ist halt oft charakterlich schwer, wenn einer sagt, nein, ich schaffe das nicht. Und dann kann man halt manchmal ausreden, die Oma ist krank und ich muss mich um sie kümmern, akzeptiere ich, dann soll es so sein. Ja, das Ergebnis für mich ist dasselbe. Nach der Entfernung der Leichenreste kümmert sich der Tatortreiniger um die Räumung und Reinigung der gesamten Wohnung. Bevor die Arbeit jedoch weitergehen kann, werden die Räume mithilfe eines Ozongeräts viren- und keimfrei gemacht. Ozon ist ein natürliches Gas, das in sehr geringer Konzentration auch in unserer Atemluft vorhanden ist. Die Konzentration, die wir hier erzeugen, die ist allerdings lebensgefährlich. Deswegen darf an die Geräte laufen auch niemand in der Wohnung sein. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Durch elektrische Entladungen auf einer Keramikplatte wird Ozon erzeugt. Ozon kann man nicht in einem Behälter sammeln, das kann immer nur frisch erzeugt werden. Ozon ist schwerer als Luft. Ozon sinkt hinunter und geht auch mit dem Boden entlang und breitet sich am Boden aus. Wichtig ist, dass wir das immer dorthin leiten, wo der größte Schaden ist, die größte Kontamination. Dass es nicht nur in dem Raum ist, sondern sich eben verteilt in der ganzen Wohnung. Dazu werden Reintilatoren aufgestellt, die das Ozon in der ganzen Wohnung verteilen. Da kann man dann zum Beispiel auch alle Kästen aufmachen, alle Schubladen aufmachen. Also das kriecht überall hinein, zersetzt sich aber durch den Sauerstoff wieder. Und das Fallsprodukt ist Sauerstoff. Meine Einstellung zum Tod hat sich nicht verändert. Im Gegenteil, das hat sich alles bis jetzt bestätigt. Es hat noch niemand das Leben überlebt. Und das ist ein natürlicher Vorgang und den werden wir nicht ändern können. Also nicht in absehbarer Zeit. Eine ähnlich entspannte Einstellung zum Tod hat Johann Schaffer, einer der bekanntesten Mordermittler Österreichs, der unzählige berühmte Fälle lösen konnte. Der mittlerweile pensionierte Kriminalist betreibt nun eine Sicherheitsfirma und ist sich sicher, jeder kann zum Mörder werden. Also ich würde nicht ausschließen bei niemandem, dass er nicht irgendwann einmal überkippt aus irgendeinem Grund. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel ein kreuzbraver Mensch, der sein Leben lang gearbeitet hat, wird von seiner Frau mehrfach betrogen. Der kommt nach Hause, tatsächlich war der Fall. Der kommt nach Hause, trifft sich sogar mit einem Freund an, nachdem er aber sehr viel gearbeitet hat, um die Frau zufriedenzustellen. Ja und die geht dann, der Freund verlasst die Wohnung und sie geht lachend, so noch halb nach durch die Wohnung und späht ihm noch dabei aus. Und der ist ganz einfach durchgedreht, hat gewartet, bis es vom Klo kommt und hat es mit einem Mauerferstl erschlagen. Das heißt, der Mensch ist von Grund auf kein Mörder gewesen, sondern der hat seine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt. Der hat gewartet Tag und Nacht, dass er dieser Frau alles erfüllt, was sie will und die hat ihm ganz einfach sogar in der Situation zum Auslachen angefangen. Also man weiß nicht, wann ein Mensch überkippt. Johann Schaffer hat 35 bewegte Jahre als Ermittler hinter sich und unzählige Täter selbst überführt. Ja und dann hat es gegeben, das berühmte, das Zwiesl, das war auch noch, das habe ich noch kurzzeitig erlebt. Man hat das so ums Handgelenk geschlagen vom Täter, das hat dann da eingeschnappt und man hat ihn dann damit führen können. Das hat funktioniert? Das hat funktioniert, gut sogar. Weil je mehr, dass man zusammentreht hat, desto mehr wurde erwillig. Das heißt, das würde heute wieder nicht erlaubt? Nein, ich weiß nicht, ob es erlaubt wäre, es ist ganz einfach lang nimmer mehr. Das sind die sogenannten Stecher gewesen, die alten, was nimmer mehr, man hat gesagt, Haunzöne oder Vernehmungszöne, das ist alles aus Beständen, die längst ausgeschieden sind. Also wenn wir einen Mord gehabt haben, der mich sehr beschäftigt hat, habe ich daheim ganz einfach nicht anschalten können. Wir haben oft aufgehört um 12, 1, 2 in der Nacht, dann bin ich immer noch heimgefahren, weil da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich mich waschen können. Wir hätten auch drinnen in der Dienststelle die Gelegenheit gehabt und habe in Ruhe einen Kaffee getrunken, habe mit der Gruppe ausgemacht. Wir sehen uns wieder, wenn wir ein bisschen frischer sind, weil man ja nur dann weiterarbeiten kann, effizient. Ja und da habe ich mich ganz einfach nicht niederlegen gebraucht. Da bin ich gesessen und habe nachgedacht und was haben wir vergessen oder was haben wir nicht richtig gemacht, was auch immer. Die Fehler hat mich eigentlich gesucht. Heute ist der ehemalige Kriminalist an der Aufklärung umgelöster Cold Case Fälle interessiert. Manche Morde beschäftigen ihn bis heute. In meinem Volk hat es einen Mord gegeben, der mich eher berührt hat, der ist an einem Silvester passiert. Und da ist ein Taxifahrer von hinten in den Kopf geschossen worden, im Taxi liquidiert worden. Es hat nichts gefällt, es war alles da und motivlos für uns eigentlich. Und dann ist herausgekommen, er hat die Kinder zugesprochen gekriegt bei der Scheidung. Das waren, ich glaube, erinnerlich sind wir jetzt acht und neun Jahre oder acht und zehn Jahre. Ein Mädchen und ein Bub. Und du siehst dann, wie diese Kinder, wie die an dem genannt sind. Der ist Tag und Nacht im Taxi gefahren, um diese Kinder eben durchbringen zu können. Ja, und wie gesagt, und dann sieht man das und die Kinder, das hat mich am meisten getroffen. Der Bub dreht sich dann zu mir her und sagt, also er hat gar nicht auf das nicht eingegangen, was die Psychologin ihn gefragt hat, sondern er ist gleich zu mir gekommen und sagt, da sind Sie, der den Fall bearbeitet. Jetzt sage ich, ja, sagt er, versprechen Sie mir, dass Sie diesen Mann finden, den, der meinen Vater tot gemacht hat, hat er gesagt, weil mein Vater war ein guter Mensch. Und ich habe das damals, leider Gottes, auch versprochen in der Garten, weil man das Kind, das hat betroffen. Nur den haben wir eigentlich nie geklärt, den Mord. Für Tatort-Ermittler Johann ist die Arbeit nach der Spurensicherung in einer aufgebrochenen Wohnung in Graz noch nicht getan. Ein detaillierter Bericht über den Fall muss angefertigt werden. Im Jahr 2017 ist die Aufklärungsquote bei Wohnungs- und Häusereinbrüchen um 4,5 Prozentpunkte gestiegen und lag bei 14,5 Prozent. Das ist für meinen Bericht. Das ist die gesicherte Spur, der wird abgelichtert. Dann wird sie in den Bericht von allen Seiten eingefüllt, die Fotografie. Und das Gericht und das der Kollege weiß, aha, die Spur ist gesichert worden. So schaut der Zylinder aus. Und das Original kommt zur KPU. KPU ist? Die kriminalpolizeiliche Untersuchungsstelle. Auswerten, bewerten, machen die MLK hart aus. So, das Nächste ist passiert, das ist immer ein Einsatz. Das muss ihn protokollieren. Da gibt es, das heißt bei uns, da dort Bruch, da tut sich jetzt eine Maske aus. Da gehen wir jetzt die Daten ein. Wir haben gemacht Lichtblätter, haben wir gemacht. Und wir haben einen Schlosszylinder sichergestellt. Den inneren Zylinder. Spurenträger original. Genau, da schauen wir jetzt eine Schlosszylinder. Nach der Dokumentation bringt der Kriminalbeamte die gesammelten Spuren des Tages in das Landeskriminalamt Graz. Dort sitzt die KPU, die kriminalpolizeiliche Untersuchungsstelle, wo die Funde je nach Gebiet weiterverarbeitet werden. Ein paar Spuren für euch, eine Waffe ist auch dabei, gell. Das sind Schuhspuren. Aber die Waffen, die wir da zum Schluss haben. Das ist das Werkzeug. Und das ist die Waffe. Da habe ich mit euch einen Chefgerät. Ich gebe es bei dir da ab und ihr kommt es dann holen, gell. Okay? Die bleibt bei dir da dabei. Bitte, danke. Okay. Was soll ich denn mit dir in Verbindung? In Ordnung. So, mehr habe ich nicht. Nächstes Mal wieder mehr. Okay. Verfahren. Servus, grüß dich. Ein wesentlicher Bereich der kriminalpolizeilichen Untersuchungsstelle sind Urkundenuntersuchungen. Pro Jahr werden mehr als 2000 solcher Analysen durchgeführt. Im Durchschnitt sind rund ein Fünftel der Dokumente gefälscht. Das ist ein verfälschtiger iranischer Reisepass. Bei dem wurde von der Fälscherorganisation die Datenseite ausgetauscht. Da können wir zum Beispiel bei der UV-Lichtuntersuchung feststellen, dass beim Originaldokument, also am gegenüberliegenden Blatt, noch sogenannte Melierfasern vorhanden sind. Das waren diese feinen Fäden, die man da sieht und das Ganze im UV-Licht relativ dunkel bleibt. Im Vergleich dazu die Datenseite, die aus einem normalen Papier hergestellt wurde. Da sind keinerlei urkundentechnische Sicherheitsmerkmale mehr vorhanden. Und damit sind wir dem Fälscher da relativ schnell auf die Schliche gekommen. Die Drucktechnik passt nicht ganz. Die Personalisierungstechnik entspricht nicht dem Original. Und damit hat er sich aber auch einen spanischen Aufenthaltstitel erschlichen. Ah, okay. Also der hat in Spanien diesen Reisepass vorgelegt, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen und mit dem lebt er momentan in Graz. Wie seid ihr dann da draufgekommen, dass der das ausgibt? Über Fremdenkontrolle. Also die Kollegen von der AGM Hauptbahnhof haben den kontrolliert und haben dann festgestellt, dass beim Reisepass irgendwas nicht passt. Und über die weiteren Ermittlungen sind wir dann draufgekommen, dass er mit diesem Reisepass einen spanischen Aufenthaltstitel sich erschlichen hat. Führerscheine werden auch gefälscht. Der hat einen echten österreichischen Führerschein dabei. Den hat er auch bekommen durch den verfälschten nigerianischen Reisepass. Der dürfte den Führerschein bei uns gemacht haben. Sehr viel gefälscht werden syrische Führerscheine, bei denen entweder das Lichtbild getauscht wird oder wo Totalfälschungen hergestellt werden. Wie erkennen wir einen syrischen Führerschein? Man ist ja nicht so alltäglich wahrscheinlich, dass der Kollege draußen einen syrischen Führerschein in der Hand hat. In dem Fall hat ihn der syrische Staatsbürger beim Asylantrag mitgegeben, um zu belegen, dass er eben diese Person ist. Bei der Vorantersuchung habe ich festgestellt, der wird echt sein. Der schaut zwar schon sehr desolat aus, wenn die Folien aufgehen und das Licht wird nicht mehr so ganz heute. Aber das ist eigentlich ganz normal bei diesen Führerscheinen. Da kann man oft sagen, je schlechter der Zustand des Dokuments ist, desto eher ist es echt. Fahrscheine sind das am häufigsten gefälschte Dokument, mit dem es die Ermittler zu tun haben. Schauen wir mal, ob sich im Stempelberg irgendwelche Anhaftungen befinden. Dann muss man hier den Stempel anschauen und dann da drüber filtern. Dann sieht man da relativ schnell, dass da so helle Stellen drauf sind. Und diese hellen Stellen sind die Reste vom ehemaligen Stempel. Also da ist der erste Stempel, zeigt eine Reaktion im Infrarotlicht. Da sieht man nur den Stern und den kleinen Einser vom ersten Stempel. Und das dunkle ist der aktuelle Entwertungsstempel, der dann nachträglich gestempelt wurde. Der meines Stempel radiert, meistens Radiergummi. Manchmal wird das Feld vorbereitet, damit man den Stempel leichter runterbringt. Und dann wird neu gestempelt und das Dokument kann man mehrfach zum Busfahren oder zum Straßenbahnfahren verwenden. Das ist eine Urkundenfälschung, oder ist das? Definitiv eine Urkundenfälschung, ja. Obwohl es kein Ausweis ist, aber ein Fahrschein ist sehr wohl eine Urkunde. Wissen Sie da die Straftragung, was kann denn erwarten? Paragraf 223 bis zu einem Jahr. Und die meisten Strafen bewegen sich so um die drei Monate bedingt auf drei Jahre. Das heißt, der hat immer eine gelbe Karte und beim zweiten Mal muss man aufpassen. Die Brandabteilung im Landeskriminalamt Wien bearbeitet pro Jahr zwischen 1200 und 1500 Fälle. Die Fahndung nach einem Feuerteufel, der Mistkübel und Autos in Brand gesetzt hat, hat rund ein halbes Jahr gedauert. Wir haben ja damals nicht gewusst, wo der Täter wohnt. Jetzt haben wir quasi sich alle Müllinsen rausgesucht. Das sind potenzielle Tatorte. Und dann die Leute, die wir gehabt haben, aufgeteilt. Wie können wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel von dem Umfeld beobachten? Und dann sind wir halt oft auf der Lauer gelegen, dann waren ja Nächte, da war nix. Aber es hat aber auch Zeiten gegeben, Entschuldigung, es hat aber auch Zeiten gegeben, wo wir dort waren und wo trotzdem es zu Brandstiftungen gekommen ist. Das hat sich halt nicht vermeiden lassen. Wir waren bei Punkt A und der hat bei Punkt B, den sie in Brand gesteckt hat. Oft haben wir nicht alles einfach überdecken können. Er ist auch, wie gesagt, damals schon kurz vor einer Zeigein beobachtet worden. Eben verdächtig, wie er diese Mülltonne hinunter verschafft hat. Das war aber ein alter Damme vom 8. Stock in der Nacht, also nur halt eine Waagebeschreibung. Aber wie gesagt, wir haben sich da immer auf diese markierten Norte auf die Lauer gelegt. Und dann haben wir mehrmals immer dieselbe Person gesehen, die sich da verdächtig benommen hat. Und einmal schon beinahe wie er einen Mistköbel in Brand gesteckt hat. Und was auch, sagen wir mal, ein Glück war in dem Fall, in einem Fall, wo wir ihn beobachtet haben, hat er von sich daheim anscheinend einen Restmüllsack dort in der Müllinseln gezeugt. Das war natürlich ein super Hinweis oder Spurenträger für uns. Und wir haben sich den Mist halt dann genommen und angeschaut, was ist da drinnen. Und man hat jetzt vermutmaßen können, an dem, was wir im Mist da gefunden haben, dass das, ist das ein jüngerer, ein älterer, lebt da allein, ich lebe da Familie. Und haben auch eine gefunden, eine Rechnung, einen Kaufbeleg von einem Geschäft in der Nähe in dem Grätzl. Und sind dann in das Geschäft gegangen, weil dann hat man gewusst, okay, zu dem und dem Zeitpunkt hat er eingekauft. Und haben dann auf dem Videopundle den gesehen. Unter anderem ein gutes Foto mit, sagen wir mal, Wiedererkennungswert, auf dem man die Person gut erkennen kann. Und dann haben wir halt gesagt, wenn ich als Täter, wie weit gehe ich mit meinem eigenen Mistsackl? Da gehe ich nicht weit, da habe ich gesagt, das kann eigentlich sich nur um die umliegenden Stiegen handeln. Das sind drei, vier Stiegen hinaus herausgekommen. Die haben wir dann halt, sagen wir mal, in klassischer, akribischer Handarbeit abgeglichen mit Fotos, mit Meldedaten, wer könnte passen. Bis wir dann einen Treffer gehabt haben, wo wir gesagt haben, okay, dieses Foto mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das könnte unser Täter sein. Somit haben wir dann gewusst, okay, er wohnt auf dem und dem Ort. Dann können wir unsere Observationsmaßnahmen in die Richtung optimieren, dass ich quasi den Täter oder die Wohnung des Täters unter Beobachtung halte. Und dann, wie gesagt, er hat die Wohnung verlassen. Wir haben ihn observieren können, bis er letztlich zur Tathangung geschritten ist, bis er den Mistkippel dort angezündet hat. Und dann haben wir ihn auf frischen Tät betreten und festnehmen können. Und wie schon erwähnt, am Anfang war er nicht geständig, aber im Zuge der Vernehmung hat er dann nahezu alle Fakten gestanden. Er war sichtlich erleichtert, dass er mir, wer mit ihm beschäftigt, wer mit ihm redet. Weil der hat ganz zurückgezogen, gelebt, ganz alleine. Wir haben natürlich auch geschaut, ob der vielleicht einen Miettäter hat, der hat so ein Mals. Wir haben einen Hausdurchsuchenden bei ihm natürlich in der Wohnung gemacht. Und das Interessante war, wie wir dann seine Hände gefunden haben. Was schätzt du, wie viele Kontakte drin waren? Genau zwei. Von der Mutter und noch irgendeiner. Also da sieht man ja, was der für ein soziales Umfeld gehabt hat, nämlich gar keins. Der letzte Anruf vor einer Woche, das war wirklich ein ganzer Druckzeugner. Jetzt hat man geschaut, ob der das wirklich alles allein machen kann. So viele Tätigfälle, Brände. War aber tatsächlich ein Einzeltäter. So wie es uns dann den Anschein vermittelt hat, hat er das schon herbeigesehnt, erwischt zu werden. Und der war dann im Gefängnis, ist der richtig aufgeblüht. Also das hat ihm richtig getaugt, dass er dort einen Umgang hat. Also dass er Menschen hat, mit denen er reden kann. Also das war für den eine richtige Erlösung eigentlich. Die Kriminalbeamtin Bettina ist die Leiterin der Tatortgruppe im Landeskriminalamt Wien. Die ehemalige Chemikerin war für die Klärung des sogenannten Strichnin-Falles in Oberösterreich im Jahr 2001 verantwortlich. Es war besonders tragisch, weil eben die Opfer, zwei sehr junge Leute waren, 16 und 13 Jahre halt. Ein Pärchen. Und das Mädchen hätte also am nächsten Tag auf einen Auslandsaufenthalt im Rahmen von so einem internationalen Schüleraustausch fahren sollen. Und man hat halt Abschied gefeiert mit Freunden im Rahmen von einer Party. Und es ist dann also so gewesen, dass man den jungen Burschen im Fluss tot aufgefunden hat und das Mädchen war vermisst. Und dann plötzlich kam eine Mitteilung, ein Passant hat das Mädchen gefunden. Das war ein paar Meter weiter oberhalb im Flusslauf. Unter einem Brückenauflieger ist die Leiche des Mädchens gelegen, die in einer Nische hier abgelegt war. Es war aber so, dass man sich auch gefragt hat, aufgrund der Krampfhaltung des Armes, war die Auffindungssituation merkwürdig. Und vor allen Dingen, es gab keinen Hinweis auf eine konkrete Todesursache. Jetzt wurde natürlich hier auch eine Obduktion und eine Toxikologie gemacht. Und das Ergebnis war dann, dass die jungen Leute eine Strichnienvergiftung hatten. Und dass im Falle des Mädchens, die ja zierlich war, Körpergewicht ungefähr um die 50 Kilogramm, dass eine tödliche Dosis war. Und im Fall des jungen Mannes keine tödliche Dosis war, weil der ist ja aktiv ertrunken. Das heißt, die große Frage war jetzt, wie kommt der mit einer Strichnienvergiftung in dieses Wasser und wie kommt der eigentlich zu Tode? Wenn jemand den jungen Mann im Fluss erbringt haben sollte, dann muss er ja im Fluss gestanden sein auf dieser Sandbank und muss seinen Kopf unter Wasser gedrückt haben. Und bei dieser Gelegenheit müssen ja Sedimente und Kisselalgen sich übertragen haben auf die Bekleidung des oder der Täter. Schuhe und zum Beispiel Hosen. Schließlich kommt heraus, dass sich die Teenager bei unbekannten Drogen gekauft haben. Die Dealer können ermittelt werden. Bei einem der Männer stellen Drogenspürhunde das als Rattengift bekannte Strichnien sicher. Der Verdächtige hat uns dann gesagt, ja, er ist von den jungen Leuten angesprochen worden, die wollten Drogen kaufen, um eben Abschied zu feiern. Und hätten sich halt für Amphetamine, also für Ekstasy interessiert und er hatte aber nichts. Sondern nur diese Strichnindose und hat ihnen deswegen eingeredet, ja, das ist ein besonders starkes Amphetamin aus Holland. Und er möchte das mit ihnen konsumieren, also er möchte ihnen zeigen, wie man das richtig einnimmt, was so stark ist. Und dann ist er eben mit den jungen Leuten und mit zwei Freunden in diesen Park gegangen am Fluss. Und hat den jungen Leuten auf dem Tisch, da ist so eine Holzsitzgruppe mit Tisch und Bank. Und da hat er ihnen eben eine Line gezogen, also so eine Straße von dem Strichninnitrat aufgelegt und hat halt gesagt, sie sollen das jetzt schnupfen. Und das haben sie auch gemacht. Und dann ist es halt eskaliert. Also es ist natürlich dazu gekommen, dass es sofort Krämpfe gab und Übelkeit und alle möglichen Zustände. So wurde uns das dann auch beim Lokalaugenschein geschildert in Anwesenheit des Gerichts. Und das Mädchen ist dann relativ rasch verstorben an dieser tödlichen Dosis. Und der Bursche hat halt auch zu leiden gehabt und hatte Krämpfe und Durst und alle Zustände. Und man hat halt dann behauptet, okay, wir haben ihn dann da einfach im Park sitzen lassen, weil es war schon Morgendämmerung, hat herangenaht. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, also wir verstecken jetzt die Leiche von einem Mädchen zusammen, aber den Burschen lassen wir jetzt da sitzen, weil der wird schon davon kommen und der wird uns schon nicht verraten. Also so war irgendwie die Aussage, die natürlich aus unserer Sicht nicht wirklich sehr plausibel geklungen hat. Jetzt ist natürlich die Frage gewesen, wurde der Bursche ertränkt, um einen Zeugen zu beseitigen oder nicht, weil das ist eben der Mord. Wir haben dann Kleidungsstücke sichergestellt von den verdächtigen Personen. Also wir wussten dann, wer diese Leute waren, haben diese Kleidungsstücke sichergestellt, haben aus den Schuhen vom Verdächtigen, vom Hauptverdächtigen Material entnommen. Es war dann tatsächlich so, dass wir ganz konkrete Hinweise darauf gefunden haben, dass also der Verdächtige, der Hauptverdächtige sich mit diesen Schuhen und mit diesen Kleidungsstücken im Wassersaum an der Auffindungsstelle des ertrunkenen Burschen befunden haben muss. Und konfrontiert mit dieser Aussage ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass sich die Hauptverdächtigen gegenseitig beschuldigt haben, plötzlich. Also auf einmal hat es gesagt, gut, das war jetzt die Idee von dem anderen. Man hat halt begonnen, sich in Widersprüchlichkeiten zu verwickeln. Und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass man gesagt hat, ja, hier ist tatsächlich der Bursche ertränkt worden. Ja, hier ist tatsächlich der Bursche in Widersprüchlichkeiten.